Musik Der Name, Hans, richtig, die Duschprache ist es schon. So, okay, das war ein kurzes Vergnügen, aber auf alle Fälle geht das weg. Wir führen eine Kerze, okay, oder zehn Schlafsäcke. Wer möchte antworten? Die Dame da in Rot, the woman in Red. Warum muss ich das Scham mitmachen? Oder dein Enkelger, ja eben, okay. Die Dame hat es richtig beantwortet. Okay, und das ist die schicke Tasche. Wie ist der werte Name der Dame? Okay. Margret. Margret, toller Name, Margret. Wenn ich eine Tochter habe, bekomme ich noch in meinen jungen Jahren, dann werde ich sie Margret nennen. Gern? Schön. Also, so eine Bag hat sie noch nicht, gell? Ich habe übrigens eine Deuter Cammy auf. Das kommt jetzt zum Zug. Letzte Frage. Wir hatten das Gründungsjahr, ja. Wir hatten dann auch noch die Produktpalette von Deuter Sport und das sind die Schlafsäcke. Und jetzt, ja, haben wir noch die letzte Chance und das ist jetzt, wie nennt sich, okay, attention, wie nennt sich das Gewinnspiel am Stand von Deuter? Ja. Ja. Ich mache mal so. Ich gebe euch die Möglichkeit, gell? Also, heißt das Black Hole? Heißt das Get Hole? Oder heißt das... Okay. Einen Applaus an unsere Lustigen und Warten. Jetzt sind wir durch, Barbara. Ja. Ja? Also diese Schlafsäcke, wie kommt die an? Ja. Also, die passen auch gut in Deuter Rucksack rein? Die passen gut in Deuter Rucksack rein und sind natürlich bis aufs Härte getestet von unseren Athleten, oben auf dem Berg übernachten, die wir jetzt auch bitten, wo auch immer man so gut benutzen kann. Genau. Ich freue mich schon drauf, weil Deuter Rucksack habe ich schon. Ich sage etwas, den habe ich. Vielen Dank an Deuter und wie gesagt, es gibt da noch die Möglichkeit beim Kornholen. Ich danke Pharaoh,ject man! Okay. Ich stelle aber einfach? Das war's für heute. Das war's für heute. Ah, 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 ah. Ah! Es ist mit. Hey. Oh, hey. Oh, hey. Oh, my gosh. Oh. Oh. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Die Garten ist gut, jetzt geht es gut. Vielen Dank. Vielen Dank.